Hallo zusammen, das wird ein interessantes Video. Wir schauen uns die Präsidentschaftsdebatte Trump vs. Biden an. Die besten Stellen, meine persönlichen Highlights, die ich rausgesucht habe. Wir beginnen mit den beiden Moderatoren. Dana Bash und Jake Tapper moderieren das also. Zwei Minuten durfte jeder reden, eine Minute jeweils eine Antwort. Die beiden hier, nur so nebenbei, sind zur israelischen Staatsbürgerschaft berechtigt und haben trotzdem beim Genozid in Gaza bisher einen etwas, etwas besseren Job gemacht, teilweise deutlich besseren Job, als die allermeisten öffentlich-rechtlichen Journalisten in Deutschland oder sonst auch irgendwie bekannteren Journalisten in Deutschland. Das nur mal zum Verhältnis der Berichterstattung Israel in den USA und in Deutschland. Das wird für diese Debatte auch eine Rolle spielen. Trump und Biden. Ja, Trump hatte eigentlich nur einen Job. Er sollte zeigen, dass er nicht die ganze Zeit nur lügt. Das war sein Job. Und Biden hatte einen anderen Job. Er sollte zeigen, dass er gerade rausreden kann, Sätze und Gedanken klar formulieren, rüberbringen kann, ohne zwischendurch einzufrieren, den Faden zu verlieren, Leute zu grüßen oder von den neulichen Treffen mit Leuten zu berichten, die seit Jahrzehnten tot sind. Solche typischen Biden-Momente halt zu unterlassen. Es geht los mit Trump in der zehnten Minute oder elften Minute. Und da sagt er etwas, was er immer wieder während dieser Debatte wiederholt. Schauen wir es mal an. Das ist die Sache, die die Leute am meisten aufzunehmen, über die vaccine. Und er hat ein sehr schlechtes Job. Ein sehr schlechtes Job. Und ich will sagen, nicht nur da, aber in der ganzen Welt, wir sind nicht mehr als ein Land. Wir sind nicht mehr als ein Land. Wir sind nicht mehr als unsere Leiterung. Wir sind nicht mehr als die USA. Wir sind wie eine Third-Welt-Nation. Between der Weaponisierung der Entscheidung, der Trennend für seine politische Opponenten, all of the things he's done, we've become like a third-world-Nation. And it's a shame. The damage he's done to our country. And I'd love to ask him and will, why he allowed millions of people to come. Ja, das sagt er immer wieder. Zu meiner Zeit, als ich Präsident war, waren wir sehr respektiert in der ganzen Welt. Und heute sind wir wie ein Drittwelt-Land. Alle lachen uns aus. Die Realität ist natürlich, dass die Gegner der USA, die Feinde der USA, sich sehr über die Präsidentschaft von Trump gefreut haben. Weil in seiner Präsidentschaft ist die Maske gefallen der USA. Auch wenn er nur der Präsident ist letztlich und die nur eine Maske ist. Aber sie ist ihm gefallen und dann hat die ganze Welt gesehen, was die USA hier wirklich treiben, welches Niveau sie haben. Und das wirft er immer wieder beiden vor. Also das ist eher die Eigenschaft von Trump. Und deswegen freue ich mich auch auf seine kommende Präsidentschaft. So, und dann schauen wir uns einen Moment an, in dem eben Biden direkt am Anfang, wie gesagt, der Debatte versuchen sollte, nicht den Faden zu verlieren. Es ging um die Staatsschulden, die es gab. Und dass Trump darauf sagte, wir haben sehr viele Staatsschulden gehabt und so weiter. Und dann soll Biden mal darauf antworten. President Biden, I want to give you an opportunity to respond to this question about the national debt. He had the largest national debt of any president in a four-year period, number one. Number two, he had two trillion dollar tax cut benefited the very wealthy. What I'm gonna do is fix the tax system, for example. What I'm gonna do is fix the tax system. Ja, ich werde das Steuersystem reparieren, weil es nur die Reichen momentan begünstigt. Bist du nicht schon seit vier Jahren Präsident? Warst du nicht acht Jahre lang Vizepräsident? Da konntest du also nichts für die Armen tun. Aber jetzt willst du es tun. Wieso verwechselt er so oft trillion und billion und million? Aber es ist noch habenlos. Wir werden können, dass wir seine Schuldigungen ausprobieren. Wir werden können, dass wir alle die Dinge, die wir tun haben, wie Kinder, 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 dass wir sicher, dass wir weiterentwickeln, dass wir unser Gesundheitssystem stärken, dass wir sicher, dass wir alle solitärer Personen bereitstellen können, was für ein Gestammel verliert zweimal den Faden, versucht ihn wiederzufinden, schafft es aber nicht und sagt zum Schluss, we beat Medicare, obwohl er wie saved Medicare sagen wollte. Das ist schon übel. Gut, den einzigen Job, den Biden hatte, hat er also nicht geschafft. Dankeschön, Präsident Biden. Präsident Trump? Er ist richtig. Er hat Medikamente gewonnen. Er hat ihn zu Todes. Er ist richtig. Er hat Medikamente gewonnen. Er hat ihn zu Todes. Also Trump muss man schon sagen, er ist auf der Höhe. Er ist geistig klarer. Er ist wacher. Er kann direkt antworten. Man kann die beiden nicht vergleichen. Trumps Medikamente funktionieren ganz erheblich besser als die von Biden. Die von Biden waren keine Auszeichnung für die pharmakologische Stelle, die ihm diese Medikamente empfohlen hat. So, dann geht es weiter. Dann sprechen sie darüber, wer mag eigentlich mehr die US-Soldaten? Und Trump wirft Biden vor, dass Biden derjenige ist, der die US-Soldaten hasst. Und Biden antwortet jetzt hart. Schaut euch mal das Niveau an, wie die beiden sprechen miteinander. Okay, also Biden sagt, Trump wollte nicht zu so einem Memorial gehen, weil Trump meinte, die Soldaten damals wären Trottel und Verlierer gewesen. Und mein Sohn war das nicht. Und du bist ein Trottel, du bist ein Verlierer. Und Trump sagt, stimmt nicht. Das Zitat war erfunden. So, dann schauen wir uns mal an, was ist los bei Hamas und Israel? Und was sie da beide miteinander sagen. Und das ist tatsächlich wirklich interessant, jetzt auch mal inhaltlich. Und nicht nur, weil sie beide merkwürdiges Zeug kriegen. Erstmal, sie sprechen darüber, wer ist der größte Israel-Fan, wer unterstützt Israel am meisten. Und beide versuchen sich damit zu brüsten, wie sehr sie unterstützen. Aber dann schaut mal, was Biden hier sagt. The only one who wants the war to continue is Hamas. Also die einzigen, die den Krieg weiter fortführen wollen, sind Hamas. Israel nicht. Israel will das nicht. Sagt hier Biden. Und dann hört euch gleich die Antwort von Trump an. Natürlich ist das gelogen von Biden, das wissen wir. Netanyahu sagt ja ganz offen. Wir wollen den Krieg so lange fortführen, der ist noch lange nicht beendet. Und wir wollen ihn fortführen, bis Hamas eben in jeglicher Ebene komplett entmachtet ist. Biden sagt hier das Gegenteil. Versucht Israel zu schützen, so wie sie es ganz oft tun. Trump aber nicht. No, the end of the war. The only one who wants the war to continue is Hamas. Number one. They're the only one standing out. We're still pushing hard to get them to accept. In the meantime, what's happened in Israel? We're fighting, the only thing... Und dann erzählt er, wie er so gut Waffen geliefert hat und so gut Waffen geliefert hat, damit all die Kinder ermordet werden. Das ist natürlich mein Zusatz jetzt hier. Und nur ganz wenige Waffen zurückgehalten hat, aber ansonsten Israel ohne Grenzen unterstützt hat. Und da sagt eben Trump dann als Antwort, Moment mal, das stimmt überhaupt nicht. Es stimmt gar nicht, dass Hamas diejenigen sind, die den Krieg als einzige fortsetzen wollen und Israel nicht. Und das ist eine dieser klassischen, Trump spricht aus Versehen die Wahrheit Momente, die einfach fantastisch sind. Damit hat er vollkommen recht. Hat er vollkommen recht mit. Und zwar versteht Trump immer nicht ganz genau, wie das ankommt und warum Biden darüber gelogen hat, weil das war gar nicht ein dementer Moment von Biden, sondern das ist eben so die US-Linie, dass sie Israel vertreten wollen, Israels PR übernehmen wollen, so wie es Israel selber ja nicht mehr tut. Trump aber nicht. Trump sagt es direkt. Nein, Israel möchte den Krieg fortsetzen. Israel ist derjenige. Und du solltest ihn gehen lassen und er seinen Job enden lassen lassen. Er will nicht das machen. Er ist wie ein Palästinier geworden, aber sie mag ihn nicht, weil er ein sehr schlechter Palästinier ist. Er ist ein weicher. Er ist ein weicher. Er ist ein weicher. Präsident Biden. Er ist ein weicher. Ihr Niveau miteinander. Okay, und dann geht es relativ zum Schluss um das Problem. Die sind ja beide schon ziemlich alt. Ja, also Biden ist jetzt glaube ich 81, wird 82. Wie alt ist Trump? 78, glaube ich. Ja, da kommen ja Fragen auf. Seine beiden kognitiven Tests war übrigens auf dem Grundschulniveau. Hatten wir damals hier besprochen. Das glaube ich auch, dass Biden das nicht schaffen würde. So einen Grundschultest, die ersten Fragen. Biden hat so eine Art, die viele Ältere haben. Und das ist auch kein Vorwurf an sich, weil er ist nun mal wirklich schon älter. Und es gibt politische Führer, die in dem Alter noch frisch sind, klar sind, Gedanken fassen können, neue Informationen verarbeiten können. Die gibt es. Aber Biden gehört nicht dazu. Er gehört eben zu jenen, die so sind, wie man mit Anfang 80 eben ist. Und die nur noch alte Sachen wiederholen können. Die immer die gleichen Talking Points immer und immer und immer wieder reproduzieren können. Die aber nicht in der Lage sind, neue Aufgaben zu erfassen. Und deswegen, er würde tatsächlich die Aufgaben nicht schaffen. Da hat Trump absolut einen Punkt. Bei ihm ist ja das ultimative Kriterium immer, wie gut man im Golf ist. Und das ist wirklich jetzt witzig. Achtet darauf, das ist die Präsidentschaftsdebatte für die Präsidentschaft der USA. Anderthalb Stunden lang, die ganze Welt schaut zu. Und er argumentiert mit seinen Golffähigkeiten. Er sagt jetzt, Biden kann nicht mal den Ball so treffen, dass er 50 Meter fliegt. Er kann nicht mal den Ball so treffen, dass er 50 Meter fliegt. Okay, was sagt Biden dazu zur Antwort? Jetzt antwortet Biden im Ernst damit, wie sein Handicap im Golfen war, als er Vizepräsident war. Oh Mann. Don't act like children, ist zu spät. Ihr Niveau ist so erbärmlich, sowohl von Biden als auch von Trump, dass das für jemanden, der gegen die USA ist und der sagt, dass es etwas Gutes ist, wenn die US-Hegemonie und die absolute Dominanz und Imperialzeit endet, dass es für ihn ein Fest ist, so eine Debatte zu sehen. Ja, einer von den beiden wird Präsident werden. Trump wird es werden und das wäre fantastisch. Das wäre wirklich fantastisch. Noch einmal eine zweite Präsidentschaft Trump wäre eigentlich das, was sich alle wünschen, die die USA zurückgezogen sehen wollen auf ihren Kontinent, weil sie einfach an Einfluss verlieren, weil sie an Ansehen verlieren. Aber wenn es Biden wird, ich meine, der ist ja jetzt schon völlig verwirrt und hat ständig seine Demenzmomente und dann soll er jetzt nochmal vier Jahre, vier Jahre nochmal mit Joe Biden, wäre auch fantastisch. Also ich muss sagen, in beiden Fällen ist es eine hervorragende Ausgangsposition, nicht für die USA, nicht für die Amerikaner. Und das ist, denke ich, ein Punkt, den wir wieder mitnehmen können. Dieses System der Demokratie in den USA produziert diese beiden Leute als Alternative für die Spitze, für die Führung. Sie haben wie viele? 350 Millionen Einwohner oder so etwas in der Art. Und gibt es da keinen Besseren unter über 300 Millionen Einwohnern, keinen Weiseren, keinen Bessergeeigneteren, keine bessere Führung als Donald Trump oder Joe Biden in ihrer aktuellen Verfassung? Niemand Besseren? Das unmöglich. Natürlich gibt es bei diesem riesigen Volk klügere, weisere, intelligentere, sehr viel besser geeignetere, sogar für das Imperium. Vergesst mal das Volk. Sogar für das Imperium besser geeignete Leute als diese beiden. Aber das System kann mit vielen seiner verschiedenen Machtplayer sie auf keine anderen einigen. Diese beiden sind die einzigen Alternativen, die das System produzieren kann, was ein sehr klarer Beweis ist. Wirklich kein Indiz mehr, sondern ein klarer Beweis gegen diese Form der westlichen Demokratie. Ich freue mich darauf. Einer von beiden wird es ja offenbar werden. Es sei denn, darüber wurde jetzt diskutiert, wird ganz offen diskutiert, dass Biden ersetzt werden muss. Vielleicht durch Kamala Harris, vielleicht durch jemand anderen, weil es so einfach nicht funktioniert. Ist aber bisher keine beschlossene Sache. Ja, das war die Präsidentschaftsdebatte. Herrlich, einfach herrlich. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.